Meine Damen und Herren, herzliche Grüße aus Minsk. Wir sind heute als Konrad-Adenauer-Stiftung hier und bieten ein Training an zum Thema Public Speaking. Öffentliches Auftreten. Was muss man eigentlich beachten, wenn man öffentlich auftritt? Welche Argumente muss man vorbringen? Welche Mimik, welche Gestik muss man verwenden? In welcher Einfolge kommen Argumente? Wie geht man mit Gegenrede um? Wie hält man einen roten Faden und was tut man, wenn man nervös wird oder wenn jemand stört eine Veranstaltung? Alles das trainieren wir heute mit einem ganz bekannten Radiomoderator aus Minsk, von einer bekannten Minsker Radiostation. Er macht das anhand von lebhaften Beispielen, auch aus seiner Erfahrung berichtet er dazu und trainiert unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu, wie kann man perfekt öffentlich auftreten. Das ist wichtig, weil man nur dann gute Argumente vorbringen kann, sei es in Wirtschaft, Gesellschaft oder in welchem Bereich auch immer, wenn man gut öffentlich auftritt. Das ist klar, die Verkaufe muss stimmen. Und das lernen heute hier über 60 Leute, die hier unser Seminar besuchen und das ist doch sehr gut angenommen und sehr gut angekommen. Und wir freuen uns, dass wir mit diesem Thema so viel Aufmerksamkeit erfahren. Ich selbst freue mich auch, denn ich habe ein solches Training bereits in Deutschland absolviert, vor vielen Jahren, als ich Stipendiat der Adenauer Stiftung war. Also wir bieten sowas auch in Deutschland an. Öffentliches Auftreten, Rhetorik. Wir machen das aber eben auch hier in Belarus und in vielen anderen Ländern. Und das ist, glaube ich, sehr gut, denn es hilft, dass die Gesellschaften auch zusammenwachsen. Ein gutes öffentliches Auftreten bringt auch die Menschen über Grenzen hinweg zusammen. Und dafür setzen wir uns als Konrad-Adenauer-Stiftung ein. Stichwort Stipendiaten. Es gibt diese Woche einen Besuch von belarussischen und deutschen Konrad-Adenauer-Stipendiaten hier in Minsk, in Belarus. Es ist ein Seminar, das über Belarus informieren soll. Zum politischen System, zum wirtschaftlichen System, zur Gesellschaft. Ich selbst werde dort einen Vortrag halten zum Thema politisches System der Republik Belarus. Und es gibt auch noch weitere Termine dort. Und ich freue mich, dass unsere Stipendiaten, die wir auch als Auslandsbüro Belarus mit betreuen und mit ausgesucht haben, dass diese Stipendiaten, die nun in Deutschland studieren, zurück hier nach Belarus kommen und anderen Studentinnen und Studenten ihr Land zeigen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, damit wir mehr über Belarus erfahren und auch den Eindruck mitnehmen, den persönlichen, unmittelbaren Eindruck mitnehmen nach Deutschland, um auch hier Weiterverständigung zu schaffen. Ebenso werden wir diese Woche in Minsk hier einen Besuch von deutschen Studierenden haben, die sich mit belarussischen Studierenden treffen und darüber sprechen werden, wie kann man eigentlich die Bildungsmobilität steigern zwischen Belarus und der Europäischen Union. Belarus ist ja seit 2015 im Bologna-System mit eingegliedert. Wie kann man das aber eigentlich noch stärker nutzen? Dazu werden sich die Studierenden ganz praktisch austauschen und werden Ergebnisse hoffentlich erzielen, die wir dann in den politischen Beratungsprozess mit einspeisen. Auch das ist ja immer die Aufgabe der Adenauer Stiftung, konkrete Vorschläge zu erarbeiten. So, vollgepackte Woche. Ich gehe jetzt zurück ins Seminar. Mal sehen, ob ich da noch was lernen kann, bestimmt. Ich grüße Sie herzlich aus Minsk. Ihr Wolfgang Sender Ich gehe jetzt zurück in den letzten Jahren. Ich gehe jetzt zurück. Ich gehe jetzt zurück. Ich gehe jetzt zurück.